so willkommen zu einem neuen video heute die tropik bengalfeuer rot gelb grün und weiß im test die haben alle 20 gramm ich wünsche euch viel spaß beim test richtig geil das gelbe gibt noch mal gas und das weiße auch das gelbe und das weiße geht am längsten danke fürs zu sehen